Risiko. Ich zähl nochmal eine, damit der Countdown auch drauf ist. Drei, zwei, eins. Risiko. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fünnüsse mit Dirk und Klaus. Es ist ein wundervoller Mittwoch. Mittwoch. Ja. Wo beziehungsweise wann wir uns gerade befinden. Hast du was draußen, warst du laufen oder warst du im Solarium, du hast so Farbe gekriegt. Was? Nase, Wange, ist halt so gut durchblutet bei dir. Ich glaube, ich habe das Licht hier. Ja, warum lässt es dann deine Stirn außer Acht? Nee, eigentlich nicht. Ich war, also auch der Tag, wo ich draußen klettern war, ist auch schon mehr als eineinhalb Wochen her. Ja, also das kann keinen nachhaltigen Schaden an der Haut angerichtet haben. Außer so ein bisschen Gefrierbrand. Hast du schon mal was auf Ebay-Kleinanzeigen verschenkt? Ja, aber frag mich nicht mehr was. Wahrscheinlich irgendwie ein Regal. Ja, so einen alten Beistelltisch, der hier eine Weile rumstand. Oh, was das für ein Aufwand ist. Also du kommst wirklich an diesen Punkt, wo du denkst, ich schmeiße es weg. Und dann hast du auch immer einen, der zusagt und dann im letzten Moment nicht kann und fragt, geht auch Mittwoch? Nicht nur einen. Ich habe 13 oder 14 dumme Bücher bei mir rumliegen, weil ich gesagt habe, könnt ihr haben. Dann kommst du natürlich darauf, also dann fängst du dich an, die detailsmäßig aufzuschreiben, dann machst du halt ein paar gute Fotos. Dann kommt die Frage, alle Bücher, die auf den Fotos zu sehen sind? Nein, nur die mittleren, nur die mittleren, alle, die mit B anfangen. Dann sage ich, ja, alle. Kann ich auch einzeln? Ich habe kein Auto. Von wegen einzeln, ich habe reingeschrieben, von wegen nur Sammlung, nur zusammen, alle komplett, alle die hier zusammen, die alle 13, 14 Stück, alle zusammen. Ja, weil ich hätte gerne das Bud Spencer Buch. Ja, wenn du alle anderen 13 nimmst, dann kannst du es haben. Nee, ich will ja nur das. Steht ja drauf, alle. Ja, dann 15 Euro. Schicken sie das auch? Es ist geschenkt. Ich habe auch reingeschrieben, nur Abholung, weil ich mich damit nicht beschäftigen will. Und dann wird es plötzlich so groß. Ja, dann komm vorbei. Ja, wann denn? Ja, wie kannst du denn? Nee, wie es dir passt? Ja, dann komm heute ab 17 Uhr. Nee, heute ist die schlecht. Ja. Du hast gesagt, wie es mir passt. Es ist jedes. Oder ich habe dann irgendwie, dann irgendwie hat einer gesagt, ja gut, wenn morgen dir nicht passt, ich kann jetzt auch spontan heute Abend noch kommen, wie es passt. Das ist ja super. Ja, ich habe gerade Besuch gekriegt. Aber so zehn Minuten später. Ist auch. Kann ja sein. Aber du denkst dann, Alter, das kann nicht wahr sein. Vor allem, wenn du die Sachen auch loswerden willst, dann hast du schon einem zugesagt. Oder du sagst, ja, hol es halt einfach heute Abend ab. Und dann halt du in der Zeit, ist es noch da? Ist es noch da? Ist es noch da? Ja. Also nee, weil jemand heute Abend kommt und dann ist es jedes Mal das, ja, ich kann heute nicht hohen. Ich muss arbeiten. Kann ich Dienstag um zwölf Uhr vorbeikommen? Also ich sage halt auch immer, wenn jemand sagt, kein Samstag, kein Samstag, kein Samstag, kein Samstag, kein Samstag, ja, kannst du machen, wenn es da noch da ist. Woher weiß ich das? Ich nehme es raus, wenn es nicht mehr da ist. Ach so, weil manche lassen es drin. Ja, deswegen schreibe ich, ich nehme es raus. Ja, nee, ich lasse es drin als Kontaktanzeige. Ich liebe es, über Ebay-Kleinanzeigen Menschen kennenzulernen. Ganz geil, auch am Anfang habe ich halt, als ich angefangen habe, also vor Jahren, dass ich dann immer dumm meine Adresse und alles gesagt habe. Gleich. Mittlerweile so von, ja, wo müsste ich dann hin? Sag ich, nee, Warschauer Straße. Ja, ich muss dann schon die Hausnummer wissen und die Straße. Ja, wenn ich weiß, dass du jetzt losfährst, dann kann ich dir es ja geben, aber du musst zur Warschauer Straße. Nee, heute kann ich hier gar nicht. Dann muss ich meine Adresse jetzt gar nicht rausgeben. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt kann. Aber einfach nur mal meine Adresse erfragen. Ich liebe es halt auch so Sachen wie, ich wollte meinen Schreibtisch loswerden, der steht immer noch in der Kammer, mein Alter. Verkaufen oder schenken? Verkaufen. Was ist denn das für einer? Der hat, das ist halt so einen Alu-Rahmen, eine Glasplatte. Ach so, okay, das kann ja verkaufen. Und ja, eben, also der hat auch keinen Makel. Also der ist halt... Was hat der gekostet, war es Ikea? Ich glaube jetzt 80, 90 Euro oder so. Ja, also für einen Fufi oder 40 Euro oder was? Für 20 reingestellt. So, und wollte keiner haben. Nee, und dann, weil halt immer die Anfrage kam, können wir am Preis noch was machen? Nee. Nee, dann nicht. Geh noch 10 Euro. Ja, wenn du noch 10 drauflegst, dann ja. Es ist halt ein ganz... Also der ist halt auch nur, wo du weißt, ich hätte auch 50 sagen können, der hätte auch versucht, den Preis um 10 runter zu handeln. Einfach, also es ist halt einfach ein völlig normaler Schreibtisch, auch ungefähr halt so groß wie die Europa-Leute hier im Couch-Tisch und halt wirklich vollkommen in Ordnung. Also der hat halt keinen, nicht irgendwie einen Riss in der Glasplatte oder sowas. Ja. Und ich so dann gesehen, ja dann lass das halt. Also das war mir halt irgendwann zu blöd und ich hatte halt keine Lust, den einfach zu verschenken, nur weil irgend so ein Assi bei Ebay-Kleinanzeigen dreist genug war. Also entweder, ne, du hast halt Zeit und stellst, das halt, musst du dir immer selber so einen Marker setzen, dass du es halt immer wieder verlängerst, weil es blöd ist ja auch, wenn du richtig reinstellst, dann hast du ja auch mit Maße und allen möglichen Details und wenn du sagst, nochmal reinstellen, oh Gott, was habe ich denn alles geschrieben, was waren die ganzen Informationen, jetzt nochmal raussuchen, nervig. Und wenn du halt Zeit hast, dann gehen die ja irgendwann weg. Aber blöd ist halt so, bei mir, wenn ich merke so von denen, die sollen jetzt weg. Und das merken die ja dann irgendwann auch, wenn du sagst, ja, kann ich auch 10 Euro machen? Dann sag ich, ja, kann ich auch 10, ja, aber vielleicht sowas, wo die es dann testen. Oder was auch immer, wo ich gar nicht reagiere. Was hatten wir nochmal gesagt, preislich? Was ich jetzt nicht mehr, weil das so oft kam von wegen, noch da, ich komme, wo klingeln? Sowas. Und die habe ich halt einfach ziemlich oft gekriegt. Oder die habe ich dann auch nachts um halb eins gekriegt. Und ich sage, warte, aber nicht so laut. Wie so verzweifelte Tinder-Anfragen. Das ist halt echt so nervig, wie dann, also kommt es denn echt. Und das Krasse ist dann halt auch, ich habe DVDs verkauft jetzt. Und das waren halt irgendwie knapp 60 Filme oder Serien und sowas. Ich habe das halt auch gemacht, weil Momox und so gar nichts mehr dafür gibt. Also du kriegst halt keinen Cent beispielsweise zum Ankauf von einer Stromberg-Staffel. Und es ist sehr unterhaltsam, weil es auf meine Frage hinausläuft nachher. Echt? Okay. Aber führ es ruhig aus oder lass uns ruhig. Und dann irgendwann denkst du so, okay, das sind alles Sachen, die ich jetzt durch meinen Streaming-Anbieter halt alle abgedeckt habe. Manchmal ist dann halt sowas wie eine, also eine komplette, komplette Alf-Kollektion konnte ich mir nicht für, für 10 Cent verkaufen. Ich sage, das geht nicht. Und die sind zwar bei Prime drin, aber das kann ich nicht verkaufen. Das ist für 10, das ist gruselig. Die Alf-Kollektion. Naja, halt alle, alle vier Staffeln. Hondo-Pack. Der läuft nur einmal alle 17 Jahre im Fernsehen. Hondo. Jedenfalls, wo du auch kein Geld für kriegst, ist Herr der Ringe und Fluch der Keribik. Da kriegst du kein Geld für. Ich habe für Herr der Ringe richtig viel bekommen. Ja, wann hast du es verkauft? Ja, letztes Jahr oder so. Siehst du, jetzt hast du nichts dafür. Ich hatte aber auch die Special Edition. Ja, aber also Ankauf ist jetzt nicht von wegen 5 Cent, wo ich dann auch sage, okay, die Masse macht, sondern gar nichts. Wollen wir nicht haben, hau ab. Ist nicht 15 Cent auch das Mindestgebot? Also darunter kaufen die gar nicht? Also je nachdem, je nach Anbieter. Das Kleinst, was ich hatte, waren 5 Cent Anbieter. Okay. Ich glaube, das Skurrilste, was ich hatte, war, also ich diese drei Buchsammlungen, Stanislavski, die Arbeit des Schauspielers an sich selbst und die Arbeit des Schauspielers an eine Rolle. Stimmt, das habe ich den Ario auch schon verkauft, ja. Solche Dinger gehen ja immer weg, ne? Eins ist davon nicht weggegangen. Eins wollte Momox nicht, ich glaube das erste. Und dann das zweite war dann irgendwie auch für einen Zehner fast. Also halt vollkommen absurd. Und dann manchmal hat man halt so diesen Oddball-Out, wo du halt irgendeine CD oder eine DVD hast, wo du denkst, warum, um alles in der Wildwelt da für jemanden 20 Euro zu nehmen? Ich hatte so eine dumme Meditations-CD von meiner Schwester, ein CD, wo ich denke, die CD so irgendwie progressive Muskelentspannung nach Hellinger, ich habe keine Ahnung. So, und dann dachte die Christel … Rizinusöl für die Ohren. Bei Rossmann an der Kasse für 2,99 Euro hergeschmissen. Und da war so Empfehlung von Momox oder das Jahr 3,75. Da dachte ich, wow, was? Und dahinter dann irgendwie so Hellinger, nichts. Stromeck, nichts. Die ganz großen Dinger so, nichts. Naja, und dann habe ich halt so ein Paket gemacht und dann wollte wirklich jemand irgendwie noch günstigeres haben. Da dachte ich, Alter, nee. Irgendwie hat es sogar gesagt von wegen, ja, ich gebe dir auch 12 Euro dafür. Ich meine, das kannst du gerne machen. Du sollst halt einfach nur vorbeikommen. Kannst dir aber den Zehner lassen. Ich wollte jetzt nicht von wegen billig reinsetzen, damit irgendwer mehr gibt, weil das ist halt schon ein gutes Angebot, wenn du halt die Filme siehst und denkst, wow, cool. Aber ich denke halt so DVD. Aber manche machen halt immer noch DVD-Kollektionen. Ja. Ich weiß, damals der Mitbewohner von Jasmin, der mit der … Kampmann, die dumme Sau. Hieß der so? Der mit dem, der, der Rotkurzen? Ja, Kampmann. Ich habe ihn immer noch Kampmann genannt, glaube ich. Das Gruselige war ja bei dem, der war ja halt auch irgendwie um die 30, sah halt aus wie 17. Ja. Und hatte dann aber auch mal so 17-jährige Freundin als, als 30-Jähriger. Und das war dann immer wirklich … Und der hatte ja eine krass, also der hatte ja so eine halbe Videothek aufgekauft. Also der hatte ja echt so, also Schränke voll. Und dann hat der dann irgendwann das Ding aufgelöst, weil er halt irgendwie Umzug oder so. Und der hat da fast nichts mehr gekriegt für. Weil erst mal keine DVDs natürlich und dann halt an Privatsammlung, da hat er dann vielleicht noch 500 Euro gekriegt oder so. Aber er meinte halt das Ganze, es waren halt mehrere tausend Euro, die er da reingesteckt hat. Und dachte so, boah, das alles original und sortiert. Also es war halt dann schon geil anzusehen, aber dann als irgendwann jemand auf die Idee kam, ey, wir können das auch in Streaming, war so, äh, scheiße. Naja, weil er immer der im Freundeskreis war, der halt echt so, hatte sogar kleine Minikarten gebastelt, wenn Freunde dann mal fragen, kann ich mal? Weil er dachte, es geht dann zu viel, weil jeder weiß, ich hab die Sachen. Und irgendwann hast du nicht mehr im Kopf, wo ist der jetzt nochmal, weiß nicht, Zauberer von Oz oder so. Ähm, ja, wie gesagt, witzig, weil es halt genau, ähm, es trifft halt, also ich kann mal kurz ausholen, äh, World of Warcraft, sagt ihr ja was? Ja, kannst du den Reißverschluss aber ein bisschen weiter aufmachen? Ich wurde heute schon zurechtgewiesen, weil ich so ein Loch unterm Ärmel hab, einen Pulli, den ich drunter hab. Dann wurde ich im Casting auf die andere Seite geschickt, wo man das Loch nicht so sieht. Was für ein Casting war es? Ich darf nicht drüber reden, ich hab ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben, mit 100.000 Euro Vertragsstrafe. Okay, äh, bei wem war das? Äh, bei Dibi Funky. Okay. Ähm. Er nimmt einen Zettel, einen Stift, schreibt's bestimmt auf. Nein, nein, ich schreib was ganz anderes auf. Weil ich bin da halt auch am Freitag. Echt? Ja. Darfst du drüber reden? Nein. Achso. Ich hab grad einen Penis auf dem Blatt Papier gemalt. Gestempelt. Er hat dafür so einen alten Kartoffelstempel, hat er schon geschnitzt. Danach guckt er jetzt erstmal an, was er da gerade bekriegelt hat. Was hab ich denn? Steuerkrieg. Ähm, ja. Dann hieß es so, sag mal, kannst du auf die andere Seite gehen? Irgendwann jetzt mit deiner Nachbarin zusammen. Ah. Die hat meine Frau gespielt. Sehr gut. Ähm, dann hieß es ja, Sebastian, ey, du hast nur noch so ein halbes T-Shirt angehen, geh mal bitte auf die andere Seite. Hast du das vorher nicht gesehen? Nee, nein, ich hab halt hier, äh, ich kann aber... Ach du Scheiße, das merkst du nicht? Ist das so schlimm? Ja, das ist kein Loch, das ist halt ein halber Achsel ist, da auch. Dortmund, wenig überrascht. Ähm. Darf ich dich Lumpen-Gym nennen? Lumpen-Paule. Ähm. Und dann darüber den Spandau-Sipper mit dem vergilbten Anfang da unten. Der ist, ich glaube, das ist eher, der ist Wachsraum geträufelt oder so. Wieso ist da sicher nicht, dass du privat so ein kleines Unternehmensunternehmen hast? Also, immer wenn ich diese Angebote lese von irgendwelchen Studenten, die auch gerne malen, günstig, das sieht so ein bisschen aus von der... Ja. Was hast du denn gespielt? Hast du einen Mann gespielt, der Hilfe braucht? Ich darf nicht drüber reden. Schade. Ich kann mir auch vorstellen, warum die Vertragsstrafe drin steht. Ehrlich gesagt, da ist pikante Hintergrundinformationen. Also, wenn du einen Insider-Aktientipp haben willst, ich zwinker dir gerade hörbar zu. Jetzt, wo ich mein Depot eröffnet habe. Ich weiß zwar nicht, wie man darauf zugreift, aber was sind Oldtimers? Sind das Bonbons oder was? Das ist Lakritze. Du musst dir Dortmund fragen, ob du eins haben darfst. Nee, ich habe nur darauf geschaut. Ja, ja. Das ist bestimmt original Rinderblut. Du bist aus Dänemark. Willst du eins? Nein, nein. Willst du Dortmund fragen? Dortmund darfst du vielleicht einen Schatz haben? Jetzt musst du auch eins nehmen. Jetzt guckt sie aber so, als ob das so diese... Wie heißen diese... Nee, ich will erst mal... Dankeschön. Dirk hält jetzt die Packung. Ja, ich sage das doch nur für die Zuschauer, Zuhörer. Jedenfalls. World of Warcraft war ja nicht das Original, sondern Original war das ja ein Strategiespiel, also ein bisschen wie Command & Conquer, was nur Warcraft hieß. Und den dritten Teil, der hat jetzt ein Remake bekommen. Ja. So weit so normal. Remake auf Computerebene oder als Film? Genau, auf Computerebene. Also manchmal ein Film, ne? Genau, ja. Der auch eher auf den alten Warcraft-Spielen basiert, so wie ich das verstanden habe, als auf den World of Warcraft. Und Warcraft 3 hat dieses Remake bekommen, das heißt Warcraft 3 Reforged. Und weil alle Spiele des Herstellers Blizzard nur über deren Client abgerufen werden können, also du musst quasi das Blizzard-Programm starten und aus dem Programm heraus startest du dein Spiel von Blizzard. Auch nicht weiter ungewöhnlich, das machen andere Hersteller wie EA oder Ubisoft auch so. Und wenn du das alte Warcraft 3 besessen hast, wurde das entfernt und du hast automatisch das Neue bekommen. Wie, wo wurde das entfernt? Von deinem Rechner, du kannst das alte nicht mehr starten, du musst das Neue spielen, ob du willst oder nicht. Also wenn, aber, also okay, wenn du mit dem alten online gehst oder war das gar nicht anders? Du musst online sein, um das Spiel zu starten, genau. Du hast ja nur, du kaufst ja auch mit den Spielen von damals, mit der CD, hast du ja immer diesen Registrierungsschlüssel bekommen und der ist jetzt quasi an deinem Account und an dieses Programm gebunden. Aber ist das von vornherein in den AGBs, müssen die sich ja so abgesichert haben, dass sie sagen, wenn wir irgendwann mal Scheiße bauen, das ist halt eine Frage. Aber da haben doch jetzt schon irgendwelche Gamer geklagt, oder? Vor allem in Amerika. Ich habe noch nichts gehört. Ich glaube, in den USA ist das nicht so ein Problem. Ich glaube, es gibt andere Länder wie Australien, die einen besseren Käuferschutz haben, Deutschland theoretisch ja auch. Naja, auf jeden Fall lässt das natürlich die Möglichkeit offen, aller Streaming-Anbieter und Co. einfach Sachen zu ändern oder rauszunehmen. Beliebtes Beispiel ist ja auch Star Wars. Du kannst nicht mehr die Original-Star-Wars-Filme sehen, wie sie damals im Kino liefen. Du bekommst nur noch die Versionen aus den 90ern, wo George Lucas schon ganz viele Spezialeffekte hinzugefügt hat. Also nicht quasi technisch überarbeitet, sondern tatsächlich veränderter Film. Ja. Also in den 90ern, das heißt auch, was in den 90ern im Fernsehen lief, war nicht das Original. Ich glaube, im Fernsehen war das noch das Original. Ich glaube, Ende der 90er, so in dem Dreh, ja, so 99 plus minus. Ich hatte es auf Video aufgenommen und habe es weggeschüttet. Das wäre wahrscheinlich richtig wertvoll tatsächlich. Es gibt, also ein berühmtes Beispiel ist auf dem Wüstenplaneten Tatooine, der ja relativ verlassen ist. In der Special Edition kriechen da ständig irgendwelche Tiere und Roboter im Hintergrund rum. Ist Doom nicht auch ein Wüstenplanet? Dune. Dune, okay. Und Doom war ein Spiel? Ja. Dune war auch ein Spiel oder ein Film? Dune war auch ein Spiel, aber erst später. Zu viele Fragen. Basiert auf den Romanen von Frank Herbert. Und wo kommt jetzt eine neue Verfilmung? Unter anderem mit Jason Momoa. Ich glaube, ich habe die Frage vergessen. Du meinst die Frage, um die es in einem Podcast geht, oder? Hast du die Frage schon gestellt? Ich freue mich, ich wollte ein bisschen mal ausholen. Wo waren wir denn stehen? Wie bei Dune. Arrakis, der Wüstenplanet. Heimat des wertvollen Minerals Spice. Ich habe ein ganz gespanntes Gesicht. Dune guckt, Dune guckt so, als ob er gerade den David Lynch Film gesehen hat. Mulholland Dune. Nee, Dune. Nur Dune. Die David Lynch-Version ist ja mal Halloween. Mit Kyle MacLachlan und Patrick Stewart. Und hat Lynch Dune gemacht? Ja. Ach so. Die Dune-Verfilmung ist von David Lynch. Und die neue Verfilmung ist dann von Dennis Villeneuve. Der, der Blade Runner 2049 gemacht hat. Und The Arrival. Ach, wo diese coolen Fahrzeuge waren. Genau. Ja. Dafür ist der Film bekannt. Für seine coolen Fahrzeuge. So wie Mario Kart. Ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, ob du es nicht mit Mario Kart oder Speed Racer verwechselst. Jedenfalls. Diesem Szenario folgend. Welchem Szenario folgend? Dass die Produktion, die Streaming-Anbieter und so freie Hand über Inhalte haben. Ja. Wenn Netflix und Amazon und Spotify und Co. alle Inhalte löschen. Von heute auf morgen. Was haben wir noch an Unterhaltung da? Und ich verkaufe gerade alles so dumm. Ja eben. Ich habe ja auch ganz höher Momox. Was haben wir noch da? Also löschen oder wenn es gelöscht wird durch einen Hackerangriff. Ja. Haben wir denn auch die ... Wir haben alle Voraussetzungen von Stand jetzt. Okay. Das heißt, ich habe noch theoretisch ein DVD-Laufwerk. Woher? Wo? Das liegt ja auf dieser braunen Kiste. Ach echt? Okay, da wurde ja Netzstecker drauf. Manchmal habe ich noch Kunden, die ihr Demo-Brand geschnitten haben wollen und irgendeinen alten Film unbedingt drin haben wollen und sich nicht zureden lassen, dass das keine gute Idee ist. Und die haben den nur auf DVD. Die Qualität reicht ja aus. Oder bekommen, was hat sich immer noch passiert, von der Produktion eine DVD geschickt? Das sei ja echt ... Also ich habe letztens zum Beispiel ... Es ist noch verbreitet. Das passiert noch. Ich habe letztens die finale Staffel von Paztevka gesehen und dahinter ist halt irgendwie so ein Special Paztevka, bla, bla, bla. Das Ding wurde jetzt ja irgendwie eingestellt, also abgeschlossen. Und da fährt er halt in diesem roten Saab, den er durch alle zehn Staffeln halt hat. Zehn Staffeln gab es davon? Ach du meine Fresse. Was ich ja ganz schön finde, dass er den beibehalten hat. Genauso wie zum Schluss hat er halt ein Smartphone oder schon längere Staffeln ist ein Smartphone. Und in der ersten Staffel hat er ja noch so ein ganz normales 2-3-10-Sovas. Da gab es ja diesen lustigen Klingelton, den sie ja entwickelt haben. Und den hat er bis zum Schluss durch. Also sie haben immer den übernommen. Und der ist total nervig. Naja, jedenfalls sitzen wir im Auto mit Hugo Egon Balder, der ja auch ab und zu mitspielt. Und der sagt halt, dass er tatsächlich gerade die Staffel schaut, weil ... Und dann beschreibt er genau das, dass die Produktion immer nach Abschluss halt einer Staffel, in der man mitgewirkt hat, kriegen halt die Hauptdarsteller oder bekannte Nebendarsteller oder sowas, kriegen dann die Staffel auf DVD heutzutage noch zugeschickt. Und da habe ich gedacht, er meint Blu-ray oder sowas, was ja auch dann schon ein bisschen ... Ja, aber er hat halt gesagt DVD und deswegen schaut er sich die an. Ich finde ja, Blu-ray ist sogar noch kritischer eigentlich, wenn du halt als Schauspieler mit dem Material arbeiten willst. Weil ich kenne eigentlich niemanden, der ein Blu-ray-Laufwerk am Rechner hat. Also und der halt damit arbeitet, weil DVD-Laufwerk haben halt viele noch. Wo ordnet sich denn die Qualität von Blu-ray ein? Besser als Streaming in Deutschland. Ich meine, also wenn du jetzt halt gängiges Material zusammenwirfen würdest. Okay. Also entweder Full HD, das waren aber eher die älteren Blu-rays. Und eigentlich ist Blu-ray klassischerweise 4K in einer Codierung, die deutlich höher ist als ... Aber der kann keine Blu-rays lesen, ne? Also wenn jemand ankommt und sagt, hier, schneid mich mal aus dem Blu-ray, da sagst du, ja, hier ist eine Schere. Ja. Ich suche mit der Lupe die entsprechenden Datensegmente raus und kratzt es raus. Nee, ich kann keine Blu-rays lesen. Okay, deine Frage. Das Lustige ist ja, dass ich echt gerade heute einen Sack von, wie gesagt, knapp 60 Filmen und Dings weggekloppt habe. Die sind alle weg. Ich habe ja auch nur noch das, was Momox nicht genommen hat letztes Jahr. Du warst ja nur bei Momox. Ich habe ja dann auch Rebuy und Zorx und gib mir da die Bücherdi. Ja, da sind wir ziemlich dicht dran an dem, was ich habe, weil ich die finale Staffel noch nicht gesehen habe und die neunte Staffel nur so halb. Ich habe die komplette Kollektion von Smallville. Die dich bis in alle Ewigkeit unterhalten muss. Ja, also das kann man wirklich, weil das halt so krass schlimm ist, die ersten Staffeln zu sehen, die ja nur darum gehen, das ist ein bisschen wie Dawson's Creek mit Super-Aliens. Das ist die Mischung, was da passiert. Dass er die ganze Zeit diesen Vaterkonflikt versucht aufzuarbeiten, total der Krampf hier ist und in seine Nachbarin verknallt ist, nicht merkt, dass seine beste Freundin auf ihn steht und sein bester Freund immer in seinem Schatten. Geht das jetzt von Dawson's Creek oder Smallville? Genau. Und nebenbei verwandeln sich dann halt an der Schule natürlich immer alle haben irgendwie Kontakt zu... Dawson's Creek, alles klar. ...haben irgendwie Kontakt zu Kryptonite und werden dann halt zu Super-Monster... Zu dem Song von Three Doors Down. Kannst du mal singen? Kryptonite. If I go crazy, then will you still call me Superman. Und kannst du jetzt mal Dawson's Creek singen? Der Knüller-Hit. I don't wanna... Nein, du hast es mit viel mehr Elaner gesungen. Wenn Dortmund nicht im Raum hast, ist es viel... Weil wir gerade so gelacht haben. Ein sehr geistreicher Scherz. Ja. Also ich hab Smallville. Da kann ich erstmal ein bisschen... Ich hab so ein paar Sachen, die ich nicht... Achso, und ich muss dazu sagen, ich hab eine PS3, auf die ich dann sehe. Oder warte mal, mein alter Laptop hat... Dann könntest du sogar Blu-Ray sehen auf einer PS3. Und mein alter Laptop ist ja auch noch da. Der müsste ja auch ein DVD-Laufwerk haben. Meins hatte ich ja ausgebaut, weil ich es nie benutzt habe. Und es war also... Ja, meins ist das ZDF. Entschuldigung. Ich muss mal ganz kurz... Ich mach mal noch Pause. Ich hab den Wackler am Kabel. So. Auf dem Lärchenberg. Ja, absolut. Ich hab's immer noch drüber. Ich krieg's jetzt nicht. Das ist nur in deinem Kopf. Nee, es ist wirklich da. Da, 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 da. Wie jetzt Klaus sagen würde, wir sind live dabei, wie Klaus einen halbseitigen Schlaganfall erlebt. Du hörst uns doch auch. Du hörst es nicht. Na gut, bitte, dann hörst du es nicht. Wer ruft denn da an? Scheiße, kann ich jetzt nicht ran. Wieder eine unbekannte Spam-Nummer? Nee, schon in Wittenberge. Es könnte dann nur die Hausverwaltung sein. Aber um 1832 bin ich ein bisschen spät. Wollen die wissen, warum du so viele Löcher reingemacht hast in die Wand im Badezimmer? Ah, es ist, glaube ich, die Handwerkerfirma. Die hat mich gestern schon angerufen. Weil ich hab doch bei der Abnahme, bin ich ja selber rumgegangen und hat dann plötzlich den Hauptwasserhahn, also den Knauf hatte ich in der Hand. Und letztes Mal, als wir da waren, Simone und ich, und haben da Farbe und sowas hingebracht, stand ich in einer kleinen Pfütze im Badezimmer, äh, in der Küche, weil ich hab den... Weil du so nervös warst. Genau. Ich hab den Zulauf ja aufgedreht, um Hände zu waschen und so. Und in der Küche ist ja halt auch ein Zulauf für Spüle oder sowas. Und natürlich bin ich davon ausgegangen, dass der dicht ist. Auch wenn da drunter so ein kleiner Plastikbehälter drunter steht, zur Sicherheit, falls mal ein Tropfen kommt. Ja. Und der tropft. Und somit war dann halt ein kleiner Picture-Film da. Und dann hab ich halt Fotos gemacht, den Haustechniker geschrieben, da kam halt nix. Und die Haustechnik, beziehungsweise die halt nur diesen Griff ändern sollten, haben mich angerufen, haben gesagt, hier von wegen, wie sieht's denn aus? Und das haben sie halt auf AB gemacht. Und ich wollte zurückrufen, aber eigentlich wollte ich warten, bis mir die Verwaltung sagt, ey, die können auch gleich das machen. Weil ich kann jetzt ja nicht selber sagen, ey, kommen Sie, machen Sie das. Ja, ja, ja. Und dann sagen sie, haben wir gar keine Aufstieg dafür. Und sag ich, hä, 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 soll ich mal tanzen? Nein. Wo waren wir gerade? Smallville DVD. Die PS3. Ja. Also meiner Ansicht nach spielte PS3 auch Blu-rays ab. Das war eines der Verkaufsargumente damals auch der Playstation 3, dass die günstiger war zu Verkaufsstart als ein Standalone-Blu-ray-Player. Also du hast sogar die Möglichkeit, du hast wahrscheinlich keine Blu-rays. Selbstverständlich habe ich keine Blu-rays. Ich habe welche. Ich kann dir welche leihen. Ich habe heute sogar, okay, die könnte ich vielleicht noch aus dem Müll ziehen. Früher war doch mal an der TV-Heute-Szenen und die ganzen TV-Zeitschriften, war doch manchmal so eine DVD vorne dran geklatscht. Und wenn König, du und ich einen Blöde einkaufen, richtig große Soge, dann habe ich teilweise mir sowas geholt. Ja. Oh, geil, da ist Bang-Boom-Bang dran. Nee, Bang-Boom-Bang gibt es jeden Tag auf Tele 5. Immer noch? Ist das ja nicht vorbei? Ja, ich glaube, die haben letztes Jahr irgendwo Mitte letzten Jahres begonnen und das ziehen die halt 365 Tage durch. Das finde ich ziemlich gut. Es läuft halt einfach immer zu spät, dass ich, wenn überhaupt nur die Hälfte sehe. Egal. Okay, erzähl. Was hast du denn? Ich erzähle ein paar Blu-rays. Meistens, also entweder welche, wo die DVD dabei war und ich hatte die damals mitgekauft, aber ich dachte, vielleicht steige ich irgendwann auf Blu-ray um. Mega, mega guter Gedankengang von mir. Oder welche, die ich meinem Onkel schenken wollte, der die aber schon hatte. Deswegen Predator. Das Original zum Beispiel habe ich auf Blu-ray. Wow. In 3D. Mad Max Fury Road. Schwarznecker. Habe ich auf Blu-ray. Was hast du? Mad Max Fury Road. Was war das? Der neue Mad Max. Den hast du auf Blu-ray? Und Black Swan, ja. Black Swan. Und ansonsten bei den DVDs habe ich ... Das ist ein bisschen wie das Leben ist schön. Coupling? Wer mit wem? Ja. Alle vier Staffeln sogar. Ich habe sogar, ich gehöre zu den fünf Menschen, die die furchtbare vierte Staffel gesehen haben und besitzen. Ich glaube, ich habe immer so zwischendurch mal welche gesehen. Du und Philipp waren total drauf. Fertig zu Recht. Firefly, Casino Royale sehe ich hier. Sag mal, YouTube können wir auch nicht schauen. Nein, YouTube ist weg. Also ja, aber alles, was nachgereicht wird. Teuflisch. So wie YouTube. Teuflisch ist so gut. Der perfekte Film. Das ist so ein bisschen wie Orson Powers für mich. Einer der perfekten Filme. Und alle perfekten Filme sind mit Brendan Fraser Ende der 90er entstanden. Das haben sie gemeinsam. Die Mumie zählt auch dazu. Nur in Scrubs ist er zu ertragen, weil er da stirbt. Shaun of the Dead hätte ich hier anzubieten. Das ist gut. Und Schräger als Fiktion, einer meiner absoluten Filme. Oh, der ist sehr schön, ja. Ja, Scott Pilgrim und irgendwo müsste ich auch noch Hot Fuzz haben. Auch der wenigen, wo, wie heißt denn der Hauptdarsteller nochmal, der männliche? Will Ferrell. Auch einer der wenigen, wo ich Will Ferrell mag. Ja. Sonst ist er halt immer dieses amerikanische drüber, so wie Jim Carrey. Wo du denkst, oh, jetzt ist Jim Carrey ja gerade am Promoten. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist er bei ganz vielen. Ja, für Sonic. Ah, okay, ja. Und der ist halt, also du siehst halt immer dieses traurige Gesicht, was weiß oder was meint zu wissen, dass alle von ihm jetzt diesen extremen Clown erwarten und das präsentiert er. Und gleichzeitig weiß man ja, dass er dieses ganze Business so hasst. Hatte ich dir schon mal die Anekdote von Batman Forever erzählt? Nein. In Batman Forever spielt er den Riddler. War das das mit dem, mit Schwarzenegger? Nee, nein, der davor. Mit Val Kilmer und unter anderem Tom Lee Jones. Tom Lee Jones spielt Two-Face. Und Tom Lee Jones konnte Jim Carrey wohl überhaupt nicht leiden. Ja, wenn der so wirklich ist, dann wäre es für mich auch nicht so, wo ich denke, hallo, sondern, oh. Und dann saß Tom Lee Jones im Restaurant und Jim Carrey kam in das Restaurant rein und dachte, er geht kurz hin und sagt hallo und geht zu Tom Lee Jones. Der steht auf, guckt ihn an und sagt, I cannot sanction your buffoonery. Buffoonery? Ja, seine Rumblödelei. Und geht. Naja, der ist ja auch definitiv, hat er ein paar Defizite, die er halt einfach gut positioniert in die Kamera gedrückt hat, in das ganze Business so. Aber leider hast du immer das Gefühl, der ist so, also sein eigener Sklaventreiber. Also er muss ja nicht. Und dennoch siehst du ihn immer so, also ich fand ihn halt in Truman Show natürlich. Also immer so wurde das Gefühl, dass die Komiker, die plötzlich lösen müssen und ernsthaft spielen. Und dann hast du das Gefühl, das ist so gut. So, weil das halt einfach das andere ist so extrem, so gut drüber. Also ich fand. Ich hasse auch Ace Ventura. Fand ich auch schwierig. Also ich habe die damals gesehen und wir fanden es auch immer faszinierend, weil Timo den sehr, sehr krass nachmachen konnte oder so. Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber es war jetzt nicht so, wo ich dachte, ich habe euch nicht schlachtgelacht. Schlachtgelacht. Schlachtgelappt. Schlappgelacht. Ja. Ja. Und ich sehe noch ein paar alte Kalkhofes Mattscheiben. Nice. Da kann man ja auch ein bisschen aufarbeiten. Ja, aber es ist halt auch super, wenn du die älteren Folgen jetzt siehst. So Fernsehprogramm der, weiß ich nicht, von 2005 oder so. Ja. Oder du denkst, ach ja, auch nicht mehr so aktuell, aber. Ich habe die komplette Staffel, äh, komplette Box-Kollektion von Extras. Von Extras? Ja. Ja, Extras. Und die ist sogar noch eingeschweißt. Habe ich vorhin gefunden. Scheint ja dringend gewesen zu sein, sich die anzusehen. Habe ich wahrscheinlich mal gekriegt. Ja. Scrubs habe ich auch noch. Ah, okay. Welche auch sehr gut ist, die halt BBC produziert, ich glaube, zwei Staffeln oder drei und dann halt auch abgeschlossen und auch gar nicht so groß aufmerksam war, Friday Night Dinner. Und die habe ich halt auch. Kennst du die? Ne. Wie heißt denn diese Serie mit den Teenagern, die auch diese britische Serie, wo irgendwie so ein dunkler haarige Locken mit Brille kommt in so eine fremde Schule und das wird halt dann irgendwie, äh, das wird halt, dreht halt total durch, weil er halt so, äh, immer in peinliche Situationen, wird die ganze Zeit gemobbt, gelässt, das war auch irgendwie so BBC irgendwas, glaube ich. Und das ging dann halt, die haben sogar einen Kinofilm dann gekriegt, irgendwas, ich weiß nicht, ob es awkward, ne, awkward war ja Amerika. Naja. Und der Typ ist halt die einzige Figur, die mich jetzt mir einfällt, ist halt da auch halt, es geht einfach nur darum, das ist so traditionell, wohl, ich weiß nicht, ähm, viel in Großbritannien, dass am Freitag, wenn die Kinder ausgezogen sind, dass die dann halt zum gemeinsamen Essen der Eltern kommen, so. Und, ähm, die Eltern leben halt, äh, ja, schon dann all eine und es gibt nur die Eltern, die beiden, und, äh, die beiden Söhne, die so zwischen 20 und 25 sind oder sowas, und sich die ganze Zeit noch anpiekern und ärgern und sowas. Und dann gibt es halt der Nachbar mit einem Schäferhund, der so ein bisschen eklig und nervös und total geil immer auf die, auf die Mutter ist und der die ganze Zeit Schiss vor seinem eigenen Schäferhund hat, der Schäferhund aber nix macht. Und er kommt von wegen, weiß nicht, oh Carol, you've cooked and smiled very nice. Er guckt den Hund an und zuckt halt so zurück und der Hund guckt ihn einfach nur an und hechelt. Und das ist halt immer dieser Running Gang, dass er voll Axt vor seinem Hund hat und der Hund macht halt einfach nichts, ist einfach nur lieb und da. Und der Vater hörlt halt schlecht und hat halt sein Hörgerät nie an. Und, äh, ihm ist immer total wein, uh, I'm boiling. Und ist halt immer oben ohne. Und so, oh, you're dead, put us in the clothes. Oh, uh, sowas. Das sind halt, also nie übertrieben und dann halt dieses Britische und, äh, es ist super geil und da habe ich halt auch alle Staffeln. Da kann man auch noch ein bisschen mit. Ich habe ja sogar noch alte CDs und ich hätte sogar noch Musik der 90er und 2000er. Achso, man kann auch, sowas geht auch. Naja, ich meine, wenn Netflix alles termine. Ja gut, aber man kann ja auch lesen. Ja, aber bei den Büchern habe ich auch so viel weggegeben. Also auch, wo ich überlege, also ich höre generell, Bücher hast du nicht weggegeben. Doch, 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 doch. Ja genau, das war nämlich auch irgendwann das Ding, dass man ja Bücher hatte, um zu zeigen, dass man Bücher hatte. Ja, 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 man hat es gelesen. Jetzt kommst du zu jemandem rein und guckst ins Bücherregal, wie die Visitenkarte. Genau. Und dann hast du doch eigentlich von deinen, von deinen Massen an Büchern maximal, sage ich, fünf Prozent, die du vielleicht nochmal anfasst. Ja. Ich hatte auch viele, die ich gar nicht angefasst habe, weil das sind dann immer so Empfehlungsbesuche. Lies das mal, das ist das, das musst du, das ist genau dein Thema. Das war im Club Bertelsmann auf Platz zwei. Ja, das ist ja auch mal eine gute Empfehlung. Das war auf der Spiegel-Bestsellerliste, ich weiß gar nicht, warum dir das nicht gefällt. Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ja. Nee, aber ja, ich, also, das, Dirk schaut so auf. Ja, ich dachte, da war ein Fleck, der sich bewegt, aber es war kein bewegender Fleck. Oder siehst du nicht auch? Ich weiß nicht, es ist Björn, der mit der Dusche gegen die Wand zielt. Ja, ich, ich habe auch noch tatsächlich relativ viele von den neueren Spielen, die ich mir gekauft habe, habe ich mir auch physisch gekauft, also als. Was heißt das? Na, als Medium, also nicht digital als Download, sondern. Ach so, stimmt, heute, ja, stimmt, das gab es ja schon bei PS3, das habe ich nie gemacht, weil ich immer gedacht habe, ich glaube, ich vertraue dem nicht. Ja, also ich meine, bei den ganzen Skandalen, die Sony mit Kreditkartendaten hatte, nicht ganz zu Unrecht, beim Switch-Shop läuft es über PayPal, deswegen ist es mir nicht ganz so, ist es nicht ganz so kritisch. Musste man da irgendwie so einen Playstation-Account, bla 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 haben, oder konntest du es dann, okay. Du brauchst einen eigenen Account. Naja, also ich habe mir jetzt alle Spiele, die es dann physisch gab von der neueren, auch physisch gekauft, auch weil ich halt keine Lust hatte, meinen Speicher so voll zu müllen. Und dann habe ich die halt. Aber wird die PS3 oder was auch immer du dann hast, langsamer, wenn du den Speicher voll müllst? Nee, aber irgendwann ist halt dein Speicher voll. Ja gut, aber wenn du es gar nicht machst, dann ist ja egal. Ja, dann, ja. Also ein paar Spiele kannst du ja raufklatschen, ist ja egal. Ja, aber es ist halt, wenn die Spiele, also ich habe halt jetzt auf der Switch eine 128-Gigabyte-Karte drin und 16-Gigabyte-internen Speicher. Ich hätte gedacht ja eigentlich, dass sie mittlerweile auch mit Clouds arbeiten, dass sie sagen, von wegen, jeder ist vernetzt und sagt, von wegen, ey, lad dir jetzt eine Cloud und lad es. Witzig, das ist ja Googles Modell gewesen mit Google Stadia. Die hatten quasi ein Videospielsystem, was nur ein Controller ist und über den Controller, der ist halt wie ein Fire-TV-Stick oder wie der Google Chromecast-Stick, werden die Spiele gestreamt. Also wie Browser-Games so. Auf deinem Fernseher, genau. Ja. Aber es funktioniert einfach nicht. Weil keiner so eine stabile Leitung hat. Ja, es funktioniert technisch einfach nicht. Wahrscheinlich in Afghanistan, aber nicht in Deutschland. Ey, in Deutschland sowieso nicht. Aber auch in den USA funktioniert es wohl nicht, weil die Datenmengen zu groß sind und die Serverzentren nicht hinterherkommen. Weil das Spiel muss ja trotzdem irgendwo gespielt werden. Ja. Und das funktioniert einfach nicht. Es scheint so, als sei das genauso wie Google Glass einfach ein totaler Flop auf den Googler gesetzt hat. Das ist so komisch, weil ich doch davon bin, dass die sagen, okay, die erste Brille war scheiße und keiner würde das machen, klar. Aber dass sie es trotzdem fortführen und irgendwann denken manche, wow, interessant. Oder weißt du sowas? Also ich meine, Google Glass ist ja tot. Ja. Der ist ja hinter ABC, ne? Also hinter Google steht da ABC. Nee, die sind nicht so ähnlich. Oder heißen die doch ABC Media? Ich dachte, ich hätte das mal irgendwie gegoogelt. Ich dachte, die heißen nur so ähnlich. Aber, ähm, ja, naja, also Google Glass ist tot. Microsoft arbeitet wo an einer Augmented Reality Brille? Das heißt? Also ähnlich wie Google Glass, aber halt nicht für den Alltag, sondern du kannst die dann zu Hause aufsetzen und damit Spiele spielen wie so eine 3D-Puzzlebox oder sowas. Okay. Und ansonsten die PlayStation 4 oder ab der PlayStation 4 Pro kannst du ja, ähm, eine VR-Brille benutzen, die wohl ganz gut funktioniert. Also Virtual Reality. Davon abgesehen, dass du halt kotzen musst nach einer Weile. Ich wollte gerade sagen, hast du schon mal mit der gespielt? Oder hast du schon mal mit einer gespielt? Naja, nee, ich habe ja die für die Switch, aber, ähm, also das mit den Pappdingern und den Pappcontroller, was ja ein netter Gag ist, aber auch nur, weil du das... Ja, wenn man nur so 5 Minuten am Stück aufhast und danach ist halt auch echt gut, also... Also siehst du auch Fotospiele, was es war, das habe ich... Ja, genau. Also danach ist halt echt auch wirklich Feierabend mit dem, was mein Magen und meine Augen und mein Gleichgewichtssinn wegstecken können. Der ist übrigens bei mir gerade voll schlecht, ich weiß gar nicht, worum es liegt. Ich, ich merke das immer, es gibt beim Klettern gibt es halt eine Wand, die vor allem Gleichgewicht erfordert. Also stehst du drauf, oder? Ja, die neigt sich so ein bisschen nach vorne, also so ein paar Grad, sodass du theoretisch nur stehen musst und dann automatisch gegen die Wand fällst, aber natürlich denkst du so nicht und glaubst halt die ganze Zeit, nach hinten wegzukippen. Zudem hast du immer das ungute Gefühl, normalerweise an einer geraden Wand oder an einer, die sich in deine Richtung lehnt. Wenn du fällst, fällst du halt glatt auf den Boden und da gehst du halt wie eine Käsereibe alle Griffe runter. Was halt auch psychologisch einfach dafür sorgt, dass du halt immer so ein bisschen, also zumindest wenn du es nicht kannst, wie ich, ich merke halt immer, es ist meine absolute Schwäche, da irgendwie die Balance zu beweisen, was zu machen. Also ich kletter da halt immer total unter dem, unter den Graden, die ich eigentlich klettern kann. Ja. Ja, also meine Balance auch kritisch. Kritische Masse. Kann man das trainieren? Ja. Aber ich dachte, Balance wäre einfach, was im Innenohr zu tun hat, was im Alter halt einfach abnimmt und dann… Ja, aber es geht ja also größtenteils um die Koordination zwischen deinem praktischen Gleichgewichtssinn, also wie du stehst, wie du dich positionierst. Ihr seht, also das kannst du halt trainieren, so ein bisschen wie beim Yoga, den Baum oder den Krieger, da kannst du ja auch besser werden. Die Zwille. Zwille. Die Hundenelle. Den Trinkhallenbesitzer. Ja, ähm. Wo waren… Also Spiele hätte ich zum Beispiel tatsächlich ein paar. Ich könnte natürlich nicht mehr Fortnite spielen, wenn alles digital weg ist, weil das gibt es ja nicht physisch und du musst es ja online spielen. Aber du bist jetzt gerade wieder drin, ne? Gerade bin ich Fortnite-Pro-Player Nummer eins, auch wenn Dortmund das nicht gerne hören wird, weil sie glaubt, sie sei Fortnite-Pro-Player Nummer eins. Welche Ebene sprechen wir da von Gegnern? Nein, du wirst gematcht mit Leuten, die ungefähr dein Niveau haben. Gibt es da so ein Punkte-Ranking oder so ein Fähigkeits-Ranking? Ich glaub, das eigentliche Level-System, was das Matchmaking macht, liegt dahinter, weil das Level-System, ähm, was von Saison zu Saison neu gestartet wird, hat eher was damit zu tun, welche Extras du bekommst. Also je länger du spielst, desto mehr Extras bekommst du. Und du, also je länger am Stück oder je länger generell? Nein, generell, also über die Staffel verteilt, die meistens so zwei, drei Monate dauert. Und hast du schon viele Extras? Ich hab neue Extras, um Sachen kaputt zu hacken, einen neuen Gleiter. Du bekommst die meisten Sachen bekommst du nicht. Neues Gleitge? Einen Gleiter, einen neuen Gleiter. Die meisten Sachen bekommst du nicht, also die guten Sachen wie Kostüme und so kriegst du nicht, wenn du nicht dafür bezahlst. Du musst diesen Battle Pass, so heißt es, das Staffel-Abo kaufen. Und dann, aber auch wenn ich es jetzt kaufen würde, würde ich alles bekommen, was ich schon freigeschaltet habe. Aber, also tatsächlich, ich hab halt einfach jetzt, glaube ich, in der letzten Woche drei Spiele oder so gewonnen. Und man kann auch gegen bessere Gegner gewinnen, also die es wirklich können und die da Sachen bauen und so. Das Geheimnis ist einfach, aggressiv auf die zuzugehen, was ich halt vorher nie gemacht habe. Vorher bin ich halt immer vorsichtig weggerannt. Und jetzt, du gehst einfach aggressiv auf die zu und du bist der Erste, der schießt. Die sind so desorientiert und überrascht, dass sie meistens einfach wehrlos sterben. Könntest du fast messern. Es ist, ja, du könntest es theoretisch mal Axt machen, aber dafür brauchst du fünf Treffer und das ist schon, aber. Und wie fühlt sich das an, wenn du jetzt irgendwie gegen so einen Gegner, der sechs Jahre ist, in Australien gerade abknallst? Der ist ja in Europa, weil die auf den EU-Servern sind, aber gerade gegen die Kinder ist es richtig gut. Wenn die Kinder sich da irgendwas zu... Aber was heißt gerade? Ist es nicht 99,5 Prozent Kinder, die das spielen? Ja, das ist ja das Schöne daran. Aber manchmal, manchmal siehst du es richtig. Manchmal siehst du so jemanden, der sich da so einen Turm baut aus dem Nichts und weißt genau, das ist ein Zwölfjähriger auf Monster Energy Drink. Aber ich kann ihn ausschalten. Das Wiese ist ja, dass der irgendwie einen Plan verfolgt, gerade in seinem Zucker-Dingswahn und du dann einfach sagst, geh raus spielen. Schreibst du dann auch mal irgendwelche nervigen Kommentare? Ich spiele es ja auf der Konsole, deswegen kann ich nicht tippen. Oder so Voice-Dinger? In der, oh mein Himmels Willen, in der einen Partie habe ich zwölf Leute umgebracht. Wer sich freut? Ja, von 99 anderen. Also ein Großteil der Partie hing an mir. Das war ich. Ich war Mörder Nummer eins. Ich war Mörder Nummer eins. Und jetzt darfst du dich vielleicht als T-Shirt tragen. Der letzte Depp ist auf mich zugerannt und den habe ich mit dem Sniper mit einem Kopfschuss ausgeschaltet. Du bist so ein Camper, der die ganze Zeit irgendwo sitzt und alle... Überhaupt nicht. Sobald ich jemanden höre, renne ich jetzt in die Richtung und knall den ab. Also gnadenlos. Klar, manchmal werde ich abgeknallt. Das musst du mir zeigen, weil ich habe irgendwann ja mal gesehen, hast du mir mal generell das Spiel gezeigt und da hast du immer unter irgendwelchen Büschen, Bäumen auf irgendwelchen Dings gelegt und hast gesagt, mein Plan ist, dass sich erst mal 99 Prozent gegenseitig killen. Und wenn dann auch fünf übrig sind, dann komme ich raus und habe ich meistens noch zwei Sekunden. Dann wechsle ich die Waffe und dann sehe ich vielleicht gar nicht, dass der da war, sondern ja. Nee, jetzt ist einfach aggressiv die Devise. Dortmund auch. Die unter meiner Tutorenschaft. Tutorenschaft. Das heißt, sie hat das vorher überhaupt nicht drauf gehabt, aber erst du hast ihr den Weg gezeigt. Ich schreie sie immer an wie so ein Drill-Sergeant im Einsatz. Ja, da nickt sie und weint ein bisschen. Das ist schon ein bisschen gemein, wenn sie sich gar nicht wehren kann. Ja, naja. Aber alles andere, so viele Sachen, so Mario oder so, könnte ich noch spielen. Ich habe GTA V. Aha. Eine endlose Welt des Chaos. Ich kann halt einfach die Geschichte nochmal spielen und die dann ein bisschen ziehen, indem ich diese ganzen Extra-Dinger halt einfach zwischendurch machen würde. Oder du bei allem, was du machst, nimmst du keine Autos, sondern spazierst. Dann kannst du es richtig lang strecken, das Spiel. Es gibt ja manche Missionen, wo du halt vorgegangen hast. Außer wenn du musst. Außer wenn du musst. Ansonsten spazierst du jeden Weg durch Los Santos. Ja, das ist ja ganz geil. Du kannst ja echt die Ausdaufe bei jedem trainieren. Aber am Anfang, wenn die untrainiert sind, du die immer an Grenzen bringst, dann kippt die auch gerne mal um und liegen fast tot da. Und je nach Stadtteil, wo du bist, wird dir geholfen und du wirst getreten. Also das fand ich ja schon sehr faszinierend. Ja, wenn du dich in der Nähe der Börse befindest, wirst du natürlich zusammengetreten. Das krasse ist, wenn du das einfach in einer freien Welt spielst, dann merkst du halt auch schon, wie dieses Amerika, was da präsentiert wird, dich so wahnsinnig macht, dass du halt nicht, also du kannst ja vielleicht ein bisschen, könntest du was Gutes machen. Du kannst in so eine Art Freizeitpark gehen oder in eine Kneipe. Okay, das ist jetzt nicht super gut. Aber du kannst halt auch irgendwie so, aber mit dem Mountainbike durch die Wälder fahren und sowas. Aber wenn du in Städten frei unterwegs bist, dann dauert es nicht lange, bis du zumindest anfängst, halt ein Auto zu stehlen oder dich zu schlagen. Oder halt einfach eine Waffe raus, den jemanden abknallen, weil es halt so eine Grundaggressivität in den Städten programmiert, also es wird so oft beleidigt, sowas, weil du gehst vorbei und hörst ja, was die Leute sagen. Das sind ja Unmengen von Datenmaterial, was Schauspieler eingesprochen haben und das sind immer irgendwelche bösen Hassbotschaften, irgendwelche Kurzvorstreit, kurz, oder du bist halt dabei wie jemand, das ist ja halt auch, du bist auch bei, wie Kriminalität passiert. Du stehst halt da und dann kommt jemand und, ja, gerade Polizei. Du stehst einfach normal bei Rot an der Kreuzung, jemand fährt dir hinten auf, der Nächste rast dir in die Seite rein. Also ich meine, es ist ja schon sehr, sehr interessant geschrieben. Also halt, ja, wie ein Rockstar war das? Und das waren ja auch die Jungs von GameTube, dass die gesagt haben, ey, du fährst halt irgendwie ganz weit raus und da ist halt irgendwie so ein Haus am See, aber du kannst dir sicher sein, dass du da sogar rein kannst. Oder dass du, dass du auf da eine Figur findest, triffst, die halt dann irgendwie auch ein paar Monate geschrieben wurde. Irgendwie so ein alter, aggressiver Opa, der gleich mal erschroppt, wenn du kommt da so was. Das ist dann irgendwie da, das wirst du sonst nie sehen. Das hat auch nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist halt, oder die Flüge, wie viele Flüge ich gemacht habe oder dass du dann halt dann auch irgendwelche Stunts probierst. Und dann hast du halt dann irgendwie. In die Militärbasis einbrechen. Ja, also irgendwann hatte ich meinen Linienflieger halt irgendwie gekidnappt oder beziehungsweise konnte ich ja irgendwie da rankommen. Und mit dem bin ich halt rumgeflogen und habe das tatsächlich geschafft, das Ding dann irgendwo in der Wüste zu landen. Und das blieb dann halt da. Und das hat halt immer die Straßen versperrt. Und dann kam dann halt irgendwann auch Polizei, aber die wussten halt nicht, was zu machen ist. Und dann sind tatsächlich immer rechts und links immer diese Flieger rum, weil da ziemlich mittig auf der Straße stand. Da kannst du echt, da kannst du. Und also ich könnte mir vorstellen, dass in solchen offenen Spielen, je besser die sind, dass halt einfach Menschen sich dann auch verlieren. Also diese, diese. Ich meine, GTA Online ist ja immer noch eines der größten Spiele. Und das ist Wahnsinn, das ist krank. Und wann kam GTA raus? 2014? Plus Minus. Ja. Also das ist halt aber auch in so Kurzspielen, wenn du da halt sagst, irgendwie gegen die alleine nur mit Pistolen oder sonst was. Das sind dann immer Sekunden. Also echt, also normalerweise ist dann immer so, ich glaube zehn Sekunden hast du eine Zeit, ein Ticket, sowas, dass jeder sich erstmal verstecken kann oder so. Und du läufst halt auch weg und du siehst halt, dass Leute dir hinterher laufen. Und du denkst, was soll denn das? Und du musst dann schon rückwärts laufen und die laufen schon die ganze Zeit so hinter dir her. Und du denkst, ah. Und du stehst halt dann auch da. Und dann ab dem Moment ist dann halt ja er oder du, beziehungsweise meistens auch Teams. So, dass du halt dann irgendwie denkst, haha, das kann doch gar nicht sein. Und das macht so keinen Spaß. Das ist so anstrengend. Ja. Also online ist halt echt. Und dann halt auch, wie die Welt dann aussieht, weil jeder sich dann halt auch optisch verändern kann. Ja, ja, ja. Und das sind immer so wahnsinnige Bilder. Wie heißt denn der Film? Regular Guy? Normal Guy oder so mit Ryan Reynolds? Wie der kanadische, dieses kanadische Lied da von dem kanadischen Hip-Hop-Dings. Von John Lajor. Ich weiß gar nicht, wie der Film heißt, aber da geht es um Ryan Reynolds spielt so einen Nebenfigur in GTA quasi. Also er spielt einen Bankangestellten und um ihn herum passiert halt so lauter GTA-Online-Scheiß. Und er geht halt jeden Morgen zur Bank, wird zusammengeschlagen, wird ausgeraubt und akzeptiert es halt immer so. Aber ist er ein Spiel? Ja, er ist eine denkende künstliche Intelligenz. Also so habe ich das aus dem Trailer zumindest verstanden. Ist es jetzt aktuell oder ist es älter? Aktuell. Also er läuft noch nicht im Kino. Und du siehst ihn dann auf dem Weg zur Arbeit und über ihm sind Kampfjets und irgendjemand rast mit einem Panzer durch die Gegend und ständig beschießen sich Leute. Und irgendwie findet er dann raus, dass er in einem Videospiel ist und hat quasi Zugriff auf die Daten der Spieler. Und ja. Muss man den Trailer ansehen. Aber genau dieses Chaos ist halt, weswegen halt alles dann, was im Spiel halt so schön gebastelt ist, dass es halt so wie eine realistische Welt aussieht. Und online hast du dann nur noch Leute mit rosa Irokesen-Schnitt, die entweder aussehen wie bei Mad Max oder wie Zuhälter. Also auch ganz beliebt ist, wenn sie total durchdrehen dürfen. So was wie ein Hund und oben, keine Ahnung, ein Supermodel oder so. Ich hatte ja noch Sniper 2 und dieses komische Merlin irgendwas, wo du halt mit diesen, mit diesen komischen, das so aussieht wie so ein Schleck, wie ein Mikrofon. Ja, ich weiß gerade, Playstation Move Controller? Ja, genau, Move-Scheiß, sowas. Das habe ich damals mit Simone zusammengespielt, weil es einfach zu komplex für mich war. Und zu zweit geht das dann. Dass jemand sagt, okay, ich mache halt nur den Zauberstab und du machst halt quasi das ganze Jump'n'Run oder sowas. Aber zu zweit, alleine, da hätte ich gedacht, da gehst du ja kaputt. Ja, Ring-Fit hätte ich natürlich. Ja, gut. Das ist ein Spiel, ja, also wirklich auch was, da hielt ich das neulich auch rausgefunden, das ist die Zeit, das zeigt ja die Zeit an, die du spielst. Aber es stoppt die Zeit, wenn du dich nicht bewegst, läuft die Zeit nicht weiter. Also du hast wirklich nur deine effektive Trainingszeit, die Zeit, die du in Menüs verbringst oder stehen bleibst und kurz durchschnaubst oder zwischen den Squats mal kurz durchatmest, zählt nicht. Gnadenlos, also wirklich gnadenlos. Es gibt irgendwelche Leute, die da einen Speedrun gemacht haben unter, ich glaube, 18 Stunden haben sie gebraucht, auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe, die dann 18 Stunden am Stück da durchgesprintet sind. Also das ganze Spiel quasi? Das ganze Spiel, ja. Ach der Scheiße. Ja. Oh Mann. Glaube ich. Eine harte Nummer. Aber halt ein gutes Spiel, wo du dich lange mit beschäftigen kannst. Ich glaube, sonst hätte ich keine mehr. Ich habe noch meinen Videorekorder. Der bleibt auch noch erhalten. Witcher 3 habe ich noch an endlosen Spielen. Was macht man da? Du spielst den Monsterjäger Geralt of Rivia, hast so eine epische Handlung ums Ende der Welt und musst Verträge erfüllen, in denen du Monster jagen musst. Und wenn du die Karte abschaltest im Spiel, dann kannst du es, glaube ich, auf 2000 Stunden strecken. Easy. Das ist halt einfach so. Hast du nicht Zelda auch? Ja, ja. Breath of the Wild habe ich auch. Das habe ich zum Beispiel nur als Download. Weil das war damals ausverkauft und ich dachte, ach, also es lohnt sich halt nicht, die Switch, also gerade am Anfang lohnt es sich nicht, die Switch zu haben ohne Zelda, weswegen es halt überall ausverkauft war. Ertappst du dich, dass manche Spiele, die du so gut fandest, dass du dann irgendwie zwei, drei Jahre später sagst, ich fasse das nochmal an, ich spiele das nochmal durch? Ja, nochmal durch. Also gerade bei Breath of the Wild ist es halt nicht so, das nochmal durchzuspielen, sondern du gehst einfach rein und guckst ein bisschen auf der Karte. Du hast so einen Modus, wo du deinen ganzen Weg vom Anfang an nachverfolgen kannst und dann siehst du halt öfter so, da hast du ein ziemlich großer Blindspot in meinem Weg. Also auf diesem Berg war ich noch nie. Geh mal hin, guck mal, was da so ist. Also das eher und dann wirklich. Entdeckt man dann auch was oder ist das dann mal so? Ja, das sind schon Sachen da. Also es hat nichts, bei allen großen Sachen war ich schon, aber es gibt diese kleinen Waldwesen, die dir halt so mehr Inventarsports geben mit so kleinen Preisen. Da musst du halt immer so ein Minispiel erledigen und auf Balance schießen oder einfach die finden in der Landschaft. Und die sind halt oft da. Oder einfach die Aussicht ist schön. Also Breath of the Wild lebt ja einfach davon, dass die Aussicht schön ist. Und was halt einfach ganz gut funktioniert, ist tatsächlich da zu Fuß hinzugehen oder auf dem Pferd, aber in so einem entspannten Rhythmus. Das ist halt auch bei GTA, wenn du in die Wälder gehst oder so, dass du halt auch, also wahnsinnige Natur, die sie dir halt geschrieben haben. Was ja auch lustig ist, wenn du halt einfach echt querfeldein gehst, dann kann es auch mal sein, dass halt ein Berglöwe kommt und dich zerfetzt. So, das ist dann ein bisschen doof, aber weil du ja sonst wo immer wieder anfängst. Aber sonst, ja. Ja, das ist beim Witcher halt auch so. Also einfach eine riesige Spielwelt, die drei auch sehr unterschiedliche große Regionen hat. Also eine ist halt eher so ein vom Krieg zerrissene Sumpfgebiet. Einmal gibt es so eine nordische, wikingerhafte Inselkette. und dann gibt es was, was so aussieht wie Frankreich. Also so eine schöne, sonnige, französische Landschaft mit Weinbergen überall. Und einfach das so durchzuspazieren und auf dem Pferd durchzureiten, kann sich auch, glaube ich, lange mit beschäftigen. Auch weil das Licht halt so schön ist. Also Witcher 3 hat es halt wie wenig andere Spiele raus, schöne Lichtstimmungen zu setzen. Ja, pass. Ich habe noch ein Gameboy, fällt mir gerade ein. Ich habe auch noch ein Gameboy. Der sollte auch noch funktionieren. Ja, du sind ja eigentlich. Nee, stimmt. Ich weiß sogar, ich glaube, ich weiß sogar, der funktioniert noch, weil ich den Fenja neulich geliehen hatte. Du hast noch Kontakt zu Fenja? Ja. Okay. Ja, so Kontakt manchmal. Reden wir halt und. Wie geliehen? Was wollt ihr denn machen? Sie, Fenja hat eine Ausstellung für Kinder gemacht. Also macht ja manchmal so Kunstkurse für Kinder. Und die mussten aus Pixeln, also tatsächlich aus so quadratischen Blöcken, Figuren nachbasteln. Und als Pausenbeschäftigung wollte sie halt alte Videospiele haben, hat gefragt auf Facebook, ob jemand einen Gameboy oder einen Super Nintendo oder sowas hat. Und ich habe ja beides noch. Und es funktioniert auch beides noch. Super Nintendo ist auch noch. Ja. Super NES. Genau. Aber da habe ich die Auswahl an Topspielen ja auch auf der Switch. Welche hast du auf dem Super NES? Boah, ich habe gar nicht mehr so viele Spiele dafür. Also wie gesagt, auf der Switch in der digitalen Bibliothek habe ich da eine deutlich größere Auswahl. Weiß das Peter, dass du einen hast? F-Zero habe ich noch. Peter hat ja auch schon mal gespielt, als in der Kammer noch ein Fernseher stand. In der Kammer stand man ein Fernseher? Ist ja geil. Das ist ja wirklich wie so ein Ibis-Budget-Zimmer. Das war eine ziemlich heiße Nummer damals. Wo pennt denn Peter, wenn er jetzt kommt? In der Kammer? Nee, auf der Couch hier. Achso. In der Regel, denke ich. Ja. An was sollte ich ihn noch mal erinnern? An das Auto, glaube ich. Naja, und das Einzige, was bei meinem Gameboy nicht stimmte, war der Kleber für die Glasabdeckung des Bildschirms. Bei mir ist der auch ab. Ja, genau. Also ich habe den noch und sowas. Und ich müsste es halt einmal reinigen und neu verkleben, aber das ist das Einzige. Ja, genau. Aber das scheint, okay, dann scheint er einfach tatsächlich über die Jahrzehnte zuverlässig so auszuhärten und zu bröseln. Ja, wenn du halt einmal irgendwie zugegenkommst, dann kannst du es abnehmen. Ja, genau. Ja, das, das, oder ich glaube, ich hatte damals, als ich Sven ja gegeben habe, als Lösung einfach Tesafilm an die Ränder gemacht. Ja, das glaube ich. Ja, war so, sonst eine Heißklebepistole oder so. Ich höre, also der, also ich sehe jetzt auch nicht so krasse Preise, was man mit dem verdient, aber wenn der halt noch makellos ist, dann kriegst du ja echt ein bisschen Geld. Bei uns war ja lustigerweise, weil meine Schwester und ich halt die Zeit gleiche Gericht haben, ist bei mir hinten auf dem, auf dem Deckel von der Batterie, ist schön mit meinem Taschenmesser ein A reingeritzt. Ich glaube, ich habe den Batteriedeckel sogar ganz verdattelt oder der ist, der ist irgendwo in der Kammer. Ja, naja, zum Glück gab es ja diesen Netzstecker und das Ding hat halt, ja, also die Batteriedinger waren ja Blödsinn, die hast du ja immer so schnell leer geballert. Weißt du, mit den Batterien ging das doch damals. Echt? Also bei uns ging das super schnell leer. Irgendwer hatte sogar, also im Bekanntenkreis das Game Boy Light, diesen großen Klickaufsatz, wo, ja. Das ist so Wahnsinn, ey. Ich fand damals, Michi Obermeier von GameCube hat das mal so schön beschrieben, es war damals das Kind mit dem Game Gear auf Klassenfahrt, der war der König für die 20 Minuten, die die Batterien gehalten haben. Stimmt, die Dinger waren ja richtig schlimm. Ja, also das erinnere ich so als so ein Batteriefresser. Ja. Ja, war ja auch ein Tetris halt. Aber ich glaube, Tetris ist das einzige Game Boy Spiel, was ich noch habe von damals. Ich habe vorhin gesehen, auf Instagram wurde mir vorgeschlagen, halt Tetris World Championship. Und da ist halt irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Zwölfjähriger gegen den amtierenden Champion. Das wird jedes Jahr immer noch ausgetragen. Ja. Und ich habe das irgendwann abgebrochen, weil das Video irgendwie eine halbe Stunde ging. Und die haben dann halt irgendwie, das Ding ist halt, das Level ist, nee, die Schwierigkeit, also das schon, was im Bild drin ist, ist null, aber das Level ist halt zehn. Also die Dinger fliegen halt runter und was halt immer total gehypt ist, wenn zum Beispiel halt irgendwie unten so eine kleine Lücke ist und du kriegst halt so ein L und das Ding fährst halt runter und der schiebt die noch rein, obwohl der halt echt, und das bei zehn ist dann immer, wo das ganze Publikum, wow, wow, und du denkst so, ach da, seid ihr so gerade, die gehen ab wie so ein richtiges Hip-Hop-Battle und du siehst halt nur Nerds, also echt nur Nerds, wow, und Alarm und sowas und der halt nur, und das wird halt original am NES gespielt. Und die stehen halt so da und wird dann halt so blablabla. Aber das ist auch die beste Variante, weil du nur einen Block in die Zukunft sehen kannst. Ja. Tetris 99 ist ja auch relativ, also inzwischen ist der Hype so ein bisschen verflogen. Könnte ich gar nicht. Du spielst Battle Royale-mäßig, wie Fortnite oder PUBG, gegen 99 andere Leute Tetris und du kannst dir jemanden raussuchen, den du piesackst, beziehungsweise stellst ein, ob du auf Leute gehst, die dich angreifen, auf den schlechtesten gehst oder auf einen Zufallsgegner und sobald du eine Reihe hast, wird bei dem von unten eine nachgeschoben. Da fehlt auch immer ein Block, also der kann die schon auflösen, aber natürlich macht es das Spiel unheimlich schwierig, wenn ständig von unten deine Reihen nachgeschoben werden und du spielst halt so lange, bis nur noch einer steht. Und ich wusste auch nicht, dass nur wenn du halt vier Reihen gleichzeitig wegballerst, dass das... Ist das ein Tetris. Genau. Das wusste ich nicht. Und was total verpönt ist, wenn du halt diesen Viererbalken kriegst, den nicht einzusetzen für ein Tetris. Also das war dann immer so, oh, was macht der, warum baut der, was ist das für ein Otto? Und ich dachte so, das wird moderiert, aber gut. E-Sports ist ja halt mittlerweile ein großes Feld, aber es ist halt krass, wie es das für ein Event ist. Und das dann so in der Retro-Gamer-Szene ist das halt der Shit. Das ist so krass. Ja. Ja, gut. Ich glaube, also alleine mit Tetris könnten wir uns dann beschäftigen im Notfall. Ja, im Hintergrund... Vielleicht treiben wir auch noch ein Link-Kabel auf, dann können wir gegeneinander spielen. Wir können ja noch im Hintergrund ein bisschen Smallville laufen lassen. Gut, dann wäre das ja geklärt. Bei Timo war es, glaube ich, früher so, dass, glaube ich, im Hintergrund lief der Fernseher tonlos mit Phoenix oder NTV. Radio war an und er war am Rechner. Und das war halt so immer diese... Die heilige Dreifaltigkeit. Genau. Und so wachte er dann manchmal halt auch nach durchgezechter Nacht in seinem Chefsessel auf. Der halt so eng war, dass er halt eine Seite knallte er gegen den Schreibtisch, andere Seite knallte er gegen das Bett. Das war halt so. Die Zelle nannte man es auch. Nein, das nannte man nicht. Gut, dann würde ich sagen, das ist der einzige Podcast, den wir auf Kassette rausbringen sollten. Ist sie eigentlich immer schichtweise hier? Stempelt sie jetzt? Ne, wir wechseln uns ab. Also ich bin ja jetzt wieder hier. Es kann sie gehen. Dann, wenn Dortmund dann wiederkommt um zwölf. Auf was passt sie denn auf? Gehe ich raus und schlafe in der Hundehütte. Auf den Waschbären, der da auf dem Zofa liegt. Der sieht aber so eigentlich ganz entspannt aus. Ja, weil du jetzt da bist. Achso, aber sonst ist es so ein Stress. Ja, ja, ja. Da bricht hier die Hölle los. Okay. Na gut, in diesem Sinne, speichert diesen Podcast besser auf CD oder MC. Dann bleibt er euch erhalten, auch wenn das Internet abgeschaltet wird. Betatape, ja. Immer eine sichere Wahl. Wir waren für Dirk und Nüsse mit Klaus. Haha. Wir sind Ad für Nüsse-Pod auf Twitter. Oder für Nüsse at gmail.com. Schickt uns Fragen. Tschüss Dortmund. Tschüss. Auf allen Podcast-Apps außer Spotify. Ihr verabschaut euch winkend? Ja, immer. Wir begrüßen uns auch winkend. Okay. Sie kommt jetzt nochmal. Irgendwas klaut sie doch jetzt. Aha. Geld. Aha. Das sollte man nicht vergessen. Das ist ein Wunder, dass sie Kaugummi und Merkrippen hier. Es wichert von nebenan. Ist das die Bestätigung von der? Ja, ja, ja. Ah, cool. Das alte N3-Programm. NDR-Programm. Ich habe neulich erst gelernt, dass Buten und Binnen draußen und drinnen heißt. Das wusste ich auch nicht. Ich war sogar mal bei Buten und Binnen. Das ist ja so eine Nachmittagsendung gewesen auf dem NDR. Also, auch nur, weil es auf Niederländisch halt draußen und drinnen ist. Okay. Buten und Binnen. Mit dem Moderator Dirk irgendwas. Das ist so geil. Der kam halt rein. Ich war da in der Maske und kommt dann so rein. Irgendwie so schlurig im T-Shirt. So, hey, ja. Und ich so, ach so, wo muss er jetzt hier ran? Soll ich aufstehen? So, das sah voll fertig aus. Zehn Minuten später mit Anzug. Und nach der Maske. Ach, das ist der Moderator. Ich wusste gar nicht, warum er mir Hallo sagt. Ist der der Systemtechniker hier? Morgen. Ja. Ich finde es auf YouTube mit Dirk und Klaus. Viel Spaß euch beim Abonnieren. Hm.